Musik Musik Bleiben Sie auch dran für unser weiteres Programm. Kindsköpfe 1 und 2 mit Adam Sandler. Gefolgt von einigen exklusiven Aufschnitten aus dem neuen Baywatch-Film. Erleben Sie danach Melitta McCarthy in zwei ihrer ewig gleichen Filme. Den grönen Abschluss bietet der neue Ghostbusters... Was machst du denn hier? Warum machst du das? Ich bin ausgebrannt. Ich brauche irgendwas und da dachte ich eine amerikanische Komödie könnte... Bitte? Du schießt dir doch auch nicht in den Kopf, wenn du Migräne hast. Aber was soll ich denn sonst tun? Pass auf, wir fahren für ein paar Tage aufs Land und suchen die richtige Inspiration für dich. Was denkste? Ich weiß nicht. Ich will hier eigentlich weiter liegen. Quatsch, das wird richtig gut. Wir kriegen auch eine coole Szene, wie wir einfach nur durch ein leeres Dorf laufen. Mein Gott! Hier sind wir richtig. Wie findest du das? Zu versaut. Wie sieht's denn hier aus? Zu verreicht. Und hier stinkt's nach Scheiße. Entschuldigung. Weißt du, ich brauche was ganz anderes, glaube ich. So was meditatives oder so. Keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.